Jetzt? Kompliziert? Aber wir haben ja nochmal die Erfahrung in den einzelnen Klassen. Da beginne ich gleich mit der Klasse zu. Ich fange gleich vorne an. Der Gerold Hennig hat den ersten Platz mit 43 Treffer. Zum zweiten Platz hat er Konstantin Maximoff mit 39 Treffer. Das ist einfach mit der Urkunde. Und dann kriegt er noch dazu. Oder dafür? Das ist Gold, das ist Kiefer. Und das ist Kiefer. Das Gold kriegst du später nachgerechnet am Adi. Okay? Und Platz 3 unser Freund aus Polen. Der Thomas Zadei. Der ist an der Klasse. Und der Klasse. Der ist an der Klasse. Der ist an der Klasse. Und der ist an der Klasse. Auf Platz 4 Natalia Zitaj. Mit 29 Treffer. Und der ist an der Klasse. Und der ist an der Klasse. Der kommt gleich noch mal. Der ist an der Klasse. So, ich glaube ich bin mal hierher Schluss fertig. Ich habe noch Ponus. Der Thomas macht Ponus. Das ist ein Rückenplatz kennenzulernen. Weiß ich jetzt nicht. Ihr Kuh erreicht, der ganze Junge. Sehr gut. Alle haben wir Spaß! Böken, der sind alles. Platz 2, der Alexander Röller, 32 Treffer. Platz 3, der Schoßen-Hinne, 27 Treffer. Platz 4, der Axel Weber mit 34 Treffer. Platz 5, der Alexander Röller, 32 Treffer. Platz 5, der Alexander Röller, 32 Treffer. Platz 5, der Alexander Röller, 33 Treffer. Platz 6, der Alexander Röller, 32 Treffer. Platz 2, der Reinhard Wulff, 30 Treffer. Zugeklebt. Platz 3, kurz Lasslob, 25 Treffer. Platz 4 für Markus Rauscher mit 33 Treffer. Platz 4 für Markus Rauscher. Platz 4 für Markus Rauscher. Jetzt draus, Fuß draus. Dann sagt ihm keiner, dass der Wolf noch schläft. Der ist gerade rausgerichtet. Gib mich ein, oder? Ach Gott. Kies bitte, mit 62 Treffen. Platz 2, mit ebenfalls 42 Treffen, der Gerhard Eisenführer. Jetzt weiß ich nicht, sprich es richtig aus. Platz 3 für Lessek, Toma Gala oder Tomo Gala? Tomo Gala. Tomo Gala. Platz 4 für Stefan Kaffnick, mit 40 Treffen. Platz 4 für Franz Müdlhammer. So fehlt ein bisschen. Da gehört nur ein Blut, da brauchen wir noch jemanden. Und Platz 6 für Karl Kaffnick, mit 37 Treffen. Die Flügel, 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 die Flügel. Ich fülle doch nichts mehr in der Flügel. So, jetzt kommen wir zum Team Berghof. Jetzt, mal dieses Jahr. Jetzt, bald ist es hier.